Willkommen zurück zu Chana Sisters Rise of the Overlord und diesmal Level 6 Sprengflut. Ah ja, ich bin mal gespannt. 1.200, wie schon, 6 Sprengflutten. Und dann mal die Variationen von Rise of the Caribbean Tabor. Ja, die soll nach unten? Ach, was mach ich denn dann? Soll ich nur noch. Dann hat er sich noch mal auf den Publikum kbsch. Dann werden wir noch mal. Wenn wir das kbsch. Sieht so aus, dass man da oben noch irgendwie hin könnte, aber ich komme ja gleich hin. Ja, wir müssen die ganzen Edelsteine ja sein, oder? Wie komme ich denn da hin? Okay, hier kann ich hochklettern. Mal speichern. Ach, was mache ich denn da? Sag mal! Sag mal! Ah, Euphilo! Oh Ah, hier ist es War das jetzt wirklich alles? Was? Wöö Nicht blöd, Mann Mann, hier war ich ja schon Das kenn ich zwar oben Ach ne, Quatsch War ja gar nicht hier Egal, gehen wir weiter Ich hoffe mal, ich hatte alles Irgendwie bin ich mir da nicht so ganz sicher Ach so, da komme ich nicht hin Ach Nein So, macht man es richtig So Okay Oh Oh Und das nur, weil ich gewechselt habe Okay Okay, das ist ein neues Element Nein, das kann ich mir da nicht Ich habe zu müssen Ich muss mal hier gucken Oh 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 Ah, ist nett umgesetzt. Gut. Kann ich nicht geben machen? Aber da scheint nichts mehr zu sein. Okay. Wollte ich wissen? Wo ist der letzte Vogel da oben? Ja, das war dämlich. Da ist noch was. Aber wie komme ich da hin? Nee. Also, das ist nicht das Richtige. Ah, hier drüber vielleicht. Aber ich muss runter, ne? Ja. Ich schieße da wieder auf. Nein, 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 das ist doch nicht gut. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, das ist doch cool. Okay, das ist echt witzig, dass es nochmal verändert wurde. Ja, sag mal, wie hoch geht das denn noch? Hm, da geht es dann gleich wieder runter. Ah, ok, da oben sind auch noch welche. Oh. Ach, hey. Ne, quatsch. Scheiße. Ach, Mist. Nein, falsche Fähigkeit. Nehmen wir uns aber nicht machen und dann sowas. So, mach mal ne hoch. Was ist da unten noch? Ah, nix, ne? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, das war doch richtig. Ach so, da komme ich hier hin. Na gut. Ach so, da komme ich hier hin. Na gut. Da hab ich mir den zweiten Aufstieg echt sparen können. Ach so, da bin ich dran. Ach so. Ach so. Ach so, die sind wir noch. Ach so. Ach so, du bist. Ach so, das war aber nicht. wird das mit dem wasserspiegel echt cool das so zu machen das so zu machen das so zu machen Ah, okay, jetzt brauche ich Luft, damit ich da oben was kaputt machen kann. Das ist ja cool. Cool umgesetzt, würde ich sagen. Ich will diese aus der Mechanik noch raus holen. Ah! Hm, wie komme ich da hin? Ah, okay. Ne, das war nur zum Hochkommen, ne? Ah, okay. Das ist echt super gemacht. Irgendwie... Das... Ja. Das klingt schon nach einer Falle. Die fallen doch bestimmt runter, die Brocken, oder? So, wie das da aussieht. Ah, so ist das good up. Ähm, wo kommt das Wasser? Nur das da vorne, ne? Ja, das ist aber auch wieder so ein Falle, also da komme ich nicht höher. Okay, Schlüsselsuche wieder angesagt. Ah, das ist nix. Oh ne. Jaaa Ich hab schon ne blöder Geist Achso da hast du auch noch ne Lichtstrahl Das hab ich gar nicht gesehen Okay, ich weiß so langsam wie die auf 1200 Edelsteine kommen Wenn die so zahlreich verteilt sind, ist das kein Wunder Ah, das müssen wir nach oben katapulzieren, wenn das Wasser gesunken ist Weich, wenn ich ganz sicher bin Ah ja, sonst war ja nichts, ne? Ah ja, hier will ich ja auch kommen Alles gut, alles in Ordnung Alles in Ordnung Alles in Ordnung Ah, da geht's aber noch weiter Ähm Da ist bestimmt oben wieder ein Lichtstrahl irgendwo Aber ich weiß leider gerade nicht mehr links Und noch zwei Und noch zwei Ich müsste halt wissen, wo der Lichtstrahl ist Das ist ein Lichtstrahl 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 Und schon sind wir ja da, wo wir eigentlich hinwollten. Normal. Okay. Okay. Als Frage, wie komme ich da oben hin? Ich habe den Durchgang verpasst. Aber da komme ich zumindest nicht durch. Aber das ist ein Pfeil, also da komme ich bestimmt noch hin. Okay, ich habe es ein bisschen zu lange. Ausgereizt. Ach, vielleicht kommt das jetzt sogar da. Okay. Oh, okay. Ah, da wollte ich halt ein bisschen frühen. Ja. Ja. Naja, da muss ich anders hin. Okay. 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 Was ist das ein Ausbildungsmögliche? Was ist das? Also, ich soll nach unten. Natürlich tun wir das dann nicht. Ist doch klar. Ich muss doch erstmal gucken, was wir noch so einsammeln können, oder? Nee. 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 Das ist sehr eigenartig. Aber du? Das Wasser sinkt jetzt nicht mehr. Aber das sieht hier alles so aus, als wenn man gleich nochmal hier langschweben könnte. Das sind auch alles Plattformen. Komisch. Vielleicht auch nicht. Okay, haben wir alle Schlüssel. Und das Level beendet. Das war schön. Nur 5 Tode, dafür dass es so lange gedauert hat, ist es okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Level. Und ich glaube, das ist auch schon das Letzte. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.